Es ist tatsächlich irgendwie langfristig problematisch von der Umstellung her, wenn du musst du dich da schon darauf einstellen und dann können wir sehen, dass wir da sind. Ja, ich bin gerade unter Beobachtung einmal und zweitens auf der anderen Leitung noch am Sprechen, dann kann ich dich zurückrufen. Viel Spaß beim Vorderdreh und bis zum Glück. Danke. Wir treffen jetzt den Schalke, um was wird es gehen? Wir treffen jetzt den Jugend-Koordinator, so würde ich das jetzt mal sagen. Eigentlich ist er Chef-Scout auch, aber in Anwesenheit vom Boss Felix Magatz koordiniert er sehr viele Dinge, auch für die zweite Mannschaft Oliver Runatz. Es geht um einen jungen, talentierten Torhüter. mit denen wir einfach einen Sport in jedes Gespräch führen werden. Aber dessen Zukunft wird ein auslaufender Vertrag und ich als Berater bin natürlich dafür zuständig, ihm die Optionen zu präsentieren. Also ich habe relativ früh begonnen, mit drei, vier Jahren bei mir im Heimatverein um die Ecke, in Scherpenberg. Bin dann 1999 in der E-Jugend zu einem etwas größeren Verein, ebenfalls aber eigentlich um die Ecke nach Asberg gewechselt. Und bin dann jedes Jahr eigentlich in neuen Vereinen durchgelaufen. Am Niederrhein war dann in Strahlen, dann in Repeln, wieder im Kreis Merz, wo ich auch geboren bin. Und bin dann nach Solingen gewechselt. Der Kontakt kam damals durch Sven Dehmann zustande, der zu der Zeit A-Jugend-Trainer in Rot-Weiß-Essen war. Weil Deutschland drei Torhüter unter Vertrag kamen, wollte man erstmal, dass ich Spielpraxis sammeln kann ein Jahr und bin dann im zweiten A-Jugend-Jahr nach Essen gewechselt und spiele an seitdem bei Rot-Weiß. Wir sind auf Schalke. Am Trainingszentrum, Jugendleistungszentrum. Schon mal hier gewesen? Ja, ich hab hier eine längere Zeit mal trainiert in der B-Jugend mit dem Matuschak-Power-Training, auch mit Neuer, Fährmann, die waren alle dabei. Und ja, oft genug hier gewesen. Sie sind so lieb, fahren bitte mit dem Aufzug in die dritte Etage und sofort links ist der Besprechungsraum, wo Sie den Herrn Bruner finden. Vielleicht nimmt der Herr Schmidt Sie gerade eben mit. Hallo. Dann ist das schon mit dem, mit unserer Begleitung. Das hat sie sehr kurz versichert geben. Sie haben es ja erklärt, wie wir es schon seitdem gegeben haben. Ja, jetzt machen wir jetzt einmal die Quart-Kreuz von der Seite noch mal so. So, ja, wir haben das so vereinbart, das war halt am Anfang ja einfach so, was ist, die wir bei euch haben, ist ja kein Thema. Wir haben schon gesprochen. Sie und zwei Wochen später habe ich mich dann noch mit dem Andréf gesprochen. Mein erster Transfer in meiner Selbstständigkeit war der Transfer von Robert Enke zum FC Barcelona. Das war ein Königstransfer. Ich würde gerne nochmal einen Transfer nach Barcelona machen. Die Chancen da drauf sind relativ gering, wenn man die Anzahl der Berater sieht und wie viele von denen haben schon mal einen Transfer zu so einem Verein gemacht. Dadurch findet sich einiges. Ich habe infolge meiner Tätigkeit Jörg Butz zum FC Bayern gebracht, nachdem ich ihn vorher zu Benfica Lissabon gebracht hatte, auch an der Station von Robert Enke. Dadurch bekommt man dann peu à peu natürlich dieses, kommt man in eine Schublade, der Torwartvermittler vielleicht. ...kriegen und wir haben dann nachher drei Mann an ihn. Wir haben uns ja erst nicht verabschiedet worden, weil alle 13, die entweder schon feststehen, wie zum Beispiel Maik oder Herr Wunderlich oder Stiebermann, die ja Verträge haben. Der Torhüter liegt mir, weil ich glaube inzwischen das Torwartspiel zu verstehen, was ich vielen Bundesliga-Trainer nicht unbedingt zuspreche. Ich will mich da nicht über irgendwen heben. Man muss einfach sagen, es gibt viele Bundesliga-Spieler, Bundesliga-Trainer, die sagen, ich habe keine Ahnung vom Torwartspiel, ich lasse das meinen Torwarttrainer entscheiden oder mein Head of Goalkeeping. Wenn man den Eindruck hat, dass ein Spielerberater wirklich kompetent auftritt und auch wirklich gute Ratschläge gibt, gute Tipps macht, dann hat man sicherlich eine andere Zugehensweise, ein anderes Vertrauen auch in diese Person als Spielerberater, die halt einem jede Woche fünf Spieler empfehlen, die höchstes Bundesliga-Niveau angeblich haben und im Grunde genommen, ich sage es mal ganz klar, völlig ungeeignet sind. Obwohl die dann schon die A-Juglichen komplett hochgenommen haben, obwohl die noch in der eigenen Bundesliga auch um die Masterschaft spielen. Zumindest haben die dann ein gewisses Engagement dahingehend natürlich, die Liga zu halten, glaube ich. Aber was die Kollegen das auch gar nicht fassen, ist das jetzt tatsächlich so nachher ausgegangen? Verabschieden wollen logischerweise um 13 Spieler. 13? 13. 10-Gerater. Es gebe aber klare Ansagen auch, dass wenn Matze bleibt, dass er auch nicht bleiben wird. Also das haben wir festgelegt und das haben wir auch gesagt, wenn das erfragt wird, dann werden wir das auch ganz klar so sagen. Das war ja auch der letzte Spieltag, war in Düsseldorf gewinnt. Ich kannte ja Michael Boris schon vorher und auch durch Oliver Gunert hatte man immer mal wieder Kontakt. Er als Scouter war ja auch bei vielen Spielen dabei, auch gerade mal so ein Länderpokal in Bedau war. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass man mich auch gerne verpflichten wollte, mit mir arbeiten will. Sehr positiv. Also ich sag mal, Robin hat sich hier in dem Gespräch so dargestellt, wie wir es uns erhofft haben, wie ich es schon sagte, mit dem klaren Ziel zu sagen, mir geht es wirklich darum, die sportliche Perspektive zu suchen, die Herausforderung zu suchen, zu sagen, ich setze mich da durch, auch wenn ich weiß und obwohl ich weiß, dass eben die Konkurrenz groß ist, da noch ein junger Torwart bei ist. Und ich kann auch nur das Gespräch insgesamt sehr, sehr positiv darstellen, weil es auch offenkundig war, dass sowohl Robin als auch sein Berater in diesem Gespräch das Interesse des Spielers betreten haben. Und das ist für uns das Entscheidende. Hier ging es nicht darum, zunächst einmal irgendwelche Zahlen und Gehaltswünsche zu äußern, sondern es ging um die sportliche Perspektive. Und dafür sitze ich auch hier. Alles andere machen dann hier im Verein die entsprechenden Leute, die dafür zuständig sind. Und für mich ist zunächst einmal wichtig, will der Spieler, will der Berater wirklich dieses Schalke 04-Konzept, dieses Schalke 04-Feeling auch, was für uns entscheidend ist, hier auch durch Leben, kommt er hier hin, weil er gerne hier spielen möchte, ist das für ihn wichtig, identifiziert er sich mit der Sache, sich hier durchsetzen zu können. Und den Eindruck hatten wir in dem Gespräch zu 100%.